was siehst du gerade das gleiche wie ich oh mein gott oh mein gott ich glaube ich bin tot nein das wirst du nicht jo moin leute willkommen zur fünften folge von minecraft proxima genau guten tag jetzt musst du mal eine staufel machen ja was macht man denn heute herr apfelkuchen ja heute machen wir was spannendes mit meinen und finden hoffentlich diamanten oh ja umso schneller diamanten finden umso schneller wird es ausspannend da sagst du es war ja schon ein bisschen spannende in der letzten folge ein bisschen spannung war auf jeden fall da ja wir hätten sterben können ja und das wäre ein richtiger feld gewesen mit eisenrüstung was denkst du denn wer als erstes stirbt von uns allen von uns allen ich habe keine ahnung vielleicht kann seine hitler kann das sein max okay hast du da einen grund für okay ich finde überhaupt nichts mehr ich auch nicht ich glaube irgendwie die welt ist leer noch nicht mal eisen oder so in der richtigen höhe das kohle eine ganze spitzkirche kaputt gemacht und kohle kunden ich noch nicht mal kohle das ist bitter ich brauche erst mal eine spitzkirche in der hülle wäre schön wenn man halt wisst ja ob man die kartoffeln abbauen können denn ja ich denke mal jetzt die linke sollte so langsam fertig sein aber hallo ist schon ein bisschen groß ja wollen ja mal jo und die büscher auch die vier kartoffeln noch mal als kriegt wenn du platz im inventar ist kannst du direkt mal ein paar mehr stückpacken machen jo mach ich vielleicht mal für eine schaufel schaufel ja für die erde und ich bin jetzt das ist irgendwie eine erde drin mist hier ist gar keine erde im inventar in der truie sonst hätte ich jetzt die farben ein bisschen erweitern können die truie ist auch schon wieder voll ja dann noch ein zweiter okay spinnt irgendwie ah jetzt ja bloß aufgehängt ja bei mir auch gerade so mein cluster wird nicht flüssig laufen können ne das ist ne krankheit also langsam kann ja echt mal was kommt ok 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 eine spitzhacke brauchst du ja oder ganz viele ich mach 21 spaß ich ja so viele kann ich nicht trage spaß 5 bzw 6 für sehr stehe das durchweilen sich das langweilig ist dass es gibt ja braucht eine gute unterhaltung hast du gutes thema was gab es denn bei dir heute zu essen was kam denn bei dir heute auf dem tisch ja ein bürger bürger fahrrad 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 hast du ich habe drei ok oh noch mal ein creeper minium du hast noch mal ein creeper was hatte uns ging es letzte folge fast genauso okay ich weiß nicht ob man da direkt alter was ist denn los alter gibt dir das mal hier sind zwei creeper und skelett und zombie ich habe gedacht da gibt es ein fette 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 party was siehst du das gleiche wie ich oh mein gott oh mein gott ich glaube ich bin tot mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ich glaube der alter alter aber wenn der mit der server lag frei wäre lag frei lag lag frei dann glaube ich werde ich tot bzw ohne rüstung aber hier war jetzt also weißt du ich schaue so vor mir das sind zwei also ich versuche die lage zu beschreiben so zwei creeper ein skelett und zombie und dann höre ich hinter mir noch mal ein creeper alter wo auch immer der herkommt hinter mir alter was ist das für eine creepy show oh nein oh nein oh nein ich bin so blöd alter alter ich habe jetzt was dummes gemacht jetzt hätte ich oh man schreiben müssen oh man ich habe was du gemacht ich wollte gerade äh bären essen die stand aber vor erde und dann habe ich anstatt zu essen gepflanzt hast du egal oh nein oh nein da kommt ein skelett fuck fuck was ist passiert ich weiß nicht gar nix eigentlich gar nix der creeper war kurz davor zu explodieren alter das ist gerade so eine anspannung gerade bei mir fährt wieder einer mit seinem scheiß minecard rum oh alter jetzt wollte ich gerade einen block weg bauen der hätte mein ende bedeutet ich sag's dir ich brauche eine spitzsage ich kill den jetzt von den füßen weil ich glaube der explodiert nicht so leicht ja das ist gute idee was er nicht sieht das fließt er nicht kann es sein dass du dumm ist wir sollten echt anfangen die jetzt ist es oder ich wollte schwarzpulver meine ich und dann ein creeper das ist ja oder was auch pass auf alter also und zum einen hat das gelöst explodiert der wasser die los hier mensch ist ja noch ein creeper ich bin wieder ganz was für ein wirklich wirklich keine spannung mehr wo ist denn der creeper jetzt wo ist denn jetzt hin äh ich weiß das nicht hier drüben hinter mir hier ist er hier bei mir ist ein creeper oh jonge alter was ist denn da los das ist ja eine mob farm du hast vorhin von einer mob farm gesprochen wir haben für hier eine mob farm ne ok wir haben zwei schwarzpulver das heißt wir können uns ein tnt machen das ist eigentlich voll gefährlich was wir haben ne diese strip mine überall so gängig und überall können wir uns da raus rennen und das mit dem night vision das unterschätzt man total weil man kann nicht mehr man denkt das ist alles hell hier hier kann nichts spawnen dabei ist es voll gefährlich irgendwie ist umso gefährlicher mit dem night vision weil du weißt nicht ob ich jetzt was spawnen kann oder nicht hammer okay warte hier ist ein creeper da ist er da ist er da ist er ja alter was ist denn hier los das ist nämlich der 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 oh fuck was ist das alter aber ehrlich was ist hier los schau her dahinter habe ich geschaut dahinter habe ich geschaut in den gang da war ein creeper dann schaue ich da rüber und das ist ein zombie in dem moment wo ich da dahinter schaue in den gang kommt der zombie auf mich zu hey das ist unglaublich alles würden sie kurz ja das ist spitzhackern wir müssen wo ich hingucke tju bitte spitzhackern oh ja danke spitzhackern for days das ist zu viel für mich das ist echt zu viel das war in den letzten folgen so wenig dass jetzt alles auf einmal kommt okay erstmal durchatmen dann kanns aufgehen dann kanns aufgehen genau okay wo gehts hoch wieder hinten ganz hinteren hinten okay den killen wir noch und dann jetzt noch dich machen wir auch noch kaputt dich machen wir kalt mein freund yes ich baue hier auch mal zu vier schwarzpulver ab jetzt weißt du nicht ich hab fast einen stack wackeln im Moment ich sollte ihn mal platzieren boah also ich wollte fast sagen okay aber in der base till till oder ja ich hab zwischen till und max spekuliert nämlich dass da von einer stürmt oh nein 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 alter diese büsche ne wo bist du ja oben in der base alter man sieht dich halt echt nicht ich hab auch so wenn ich da sehe dann zieht du dich gar nix ich dachte man zieht den Namen wenigstens noch so ein kleines bisschen aber in der Nähe gar nicht gar nicht boah okay wieviel zeit haben wir noch da waren 10 Minuten okay wir müssten jetzt erstmal 5 Minuten kommen naja okay dann äh haben wir immer noch keine deals ne äh die gerade auflösung fertig oder? warte mal warte mal die wären noch höher die wären noch höher die wären noch höher die wären noch höher die wo ich gerade abbaut habe die waren die waren viel größer die waren doppelt so groß genau soja guck mal dann können wir hier soja soja die haben eine meckertoffel soja ähm herde ja baue mal hin ja warte ich will grad mal baue mal hier ein bisschen hier hin weißt du was wir jetzt machen? fette 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 fattet ey ok jetzt auf wow manne infinite source oh shit alter ich bin gefangen hier hä komm mal raus gg ist das hier ok letzter äh platzieren wir da die Erde äh die Erde ja Dann brauchen wir noch mehr Halbstufen. Hier auch noch mal ein bisschen. Ich hab zu viele Kartoffeln. Äh, zuerst mal eine Feldhacke raushauen. Halbstufen, brauchen wir wieder ein paar Malchklammer. Ähm, ich komm schon mal hier nicht raus. Okay. So, hast du die Hacke? Äh, platzier mal die Fackel hier am Boden. Die Hacke ist hier. Jo, ich glaub, hier spawnt nix mehr. Okay. Ich glaub, wir sind safe. Äh, safe würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber... mehr oder weniger. Hä, da hinten liegt ne Kartoffel. Äh, ein Busch. Okay. Ein Busch. Moment, bin ich hier grad nicht rausgekommen, weil da ne Halbstufe ober mir war? Ne, oder? Ja. Echt? Doof. Das ist ja ziemlich doof. So, wir sollten vielleicht mal hier so hinbauen, damit wir von hinten auch die Sträucher pflücken können. So. Ups. Ähm, ich hab jetzt... Äh, okay, diese, diese, äh, diese, ähm, Bären sind doch nicht so geil. Ich hab für wir nur eine Bäre bekommen. Das ist halt echt trash. Ich hab noch vier Kartoffeln. Also wenn du noch Erde hast. Ich hab... Oder sag mal die Sträuche... Ich hab 18. Was? Wie viel Erde hast du? Kartoffeln oder Erde? Äh... Äh... 18 Kartoffeln oder 18 Erde? 25 Erde. 18 Kartoffeln. Okay, dann platzieren wir die Erde. Okay. Dann machen wir hier eine schöne Farm. Das können wir noch nicht brauchen. Für einen guten Kampf brauchen wir ein gutes Essen. Ja. So, ähm... Wäre es vielleicht sinnvoller, wenn einer von uns... äh, weiter Farben geht? Jo, stimmt. Geh ich farmen. Okay, ich, ich geb dir mal... Okay, dann baue ich die Farben. Kriegst... Kriegst Potatoes von mir. Okay. Karch-Potatoes. Und den Eimer. Vielleicht. Ja. Weiß, dass du bist. Jetzt ja. Wer hab ich denn jetzt? Äh, jetzt hast du den. Ah, okay. Sehr gut. Okay, okay, okay. Okay, die mach ich dann am besten. Also wir können ja dann auch schon mal TNT craften. Falls wir dann unterwegs mal die Falle bauen wollen. Ja. So spontan, ne? Nee. Ich glaub... Ja, okay. Wir haben so ne Tür... Also wenn wir keinen... Wir haben so ne Tür mitten im... Mitten im Wald platzieren. Und davor Gravel mit ner Druckplatte und dann... Typ, 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 komm mal zurück. Siehst du was? Ich... Ne, ich geb dir mal meine Fackeln, da kannst du dich ausleuchten. Okay. Gut. Die liegen hier oben. Nicht, dass du noch stirbst. Das will ich nicht. Alter. Das ist nett. Ich hol mal die Fackel rein. Äh, die Hackel rein. Warte, ich schmeiße die her. Okay, sehr gut. So, ich kann da mal die Kohlen abbauen. So, ich denk aber mal... So, die Größe von der Farme reicht jetzt eigentlich. Oh, wohl. Soll ich die Büsche abreißen und dafür... Halt Kartoffeln hinmachen? Ähm. Ja, ne? Die sind eigentlich einfach nur nervig und wir kriegen jetzt das Leben abgezogen. Auf jeden Fall. Passt auf Leute, hier kommt da wieder ein Creeper. Bitte nicht. Ich warte bloß drauf. Das ist wie in einem Horrorfilm. Man dreht sich um und plötzlich stellt ein Creeper hinter dir. Ja. Unglaublich. Weil auch so viel Horrorfilm Creeper hinter dir steht. Ja. Aber er kennt's nicht. Er kennt's nicht. Captain Sparkless Revenge. Grüß der... Grüß der Horrorfilm von allen. Video Stopp. Schon rum? Hä? Nein, ist doch noch gar nicht. Alter! Alter, dieses Timing! Dass die alle... Dass die alle nicht mal in einer Glockfahrt schauen, ne? Aber dass die alle so ein gutes Timing haben. Ja. Gut. Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr mal wieder eine saftige Bewertung da lassen. Jo, war ja eine spannende Folge. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Und ansonsten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und schau doch bei Yannick, also Apple Pie, vorbei. Ganz wichtig. Sag ich jetzt zum ersten Mal. Bei allen anderen wahrscheinlich. Am besten auch. Ja. Alles in der Beschreibung verlinkt. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und du sagst doch. Also, wird Thriller rausklief. Vielen Dank.